Allerz in den Tag von von Mario Party und das ist der erste Part und was werden wir würfeln und es wird spannend ich bin nicht mehr da Leute könnt abschalten und bis gleich ich skippe das ganze mal so dass das ist jetzt geskippt worden meine Maus spackt gerade ein bisschen okay juckt mich nicht und ne 5 ja okay das lässt sich gut ausgleichen währenddessen trinke ich auch was ich muss trinken ich bin krank vielleicht merkt ihr das ja damit ich nicht mehr so krank bin trinke ich ne Brause Tablette und naja vielleicht vielleicht hört ihr es ja auch also also das würde mich freuen also ich hab auch Husten vielleicht hört ihr es ja ähm oh Mist ich will den mal treffen ach Mist oh der gibt 6 Punkte alter schon krass nice was ist das dritte oh ja zum Glück hab ich den eingesetzt sonst wär ich vielleicht sogar noch vierter der Punkte Multiplikator ist nun abgelaufen ey Digga darf ich bitte weggehen und nein es war ja klar war doch irgendwie klar oder wie schlecht werfe ich würfel ich wow und ich bin letzter ne sechster ist auf Feld 5 und auf oh Wetteren ja zum Glück diese ok mir gefällt eigentlich die besten die andere besser eigentlich ich will so wenig wie geht springen denn dadurch wird man irgendwie langsamer ich hab diesen kleinen diese kleine Abkürzung benutzt haben ich bin auch gerade erster also ganz knapp ich muss das gerade machen also ist wirklich sehr sehr cool wenn man einfach dass hier einfach so richtig richtig unbemerkt Abkürzungen gebaut wurden sind man konnte hier gerade ein bisschen abkürzen aber ich weiß nicht ob das was gebracht hätte diese Abkürzung die kann ich gar nicht ich versuche sie aber nein ja ich bin erster wie habe ich das denn geschafft noch eine kleine Abkürzung wäre ich jetzt gefallen mein Name lautet The Beak und ich bin erster Platz und Wiedersehen ich hoffe ich würfel eine 6 oder also das wäre das angenehmste irgendwie ganz zufällig das angenehmste wäre es ja aber eine 6 habe ich ja immer eine 7 okay hallo lucky tv bist du lucky hast du glück ich bin dritter ist das euer ernst zwei Felder Minengefecht äh er zu geben die Items alle paar Sekunden siehst du Position die Position deine Mietstreit lol das kenne ich ja gar nicht äh da sehe ich doch wen okay das ist meiner da sehe ich jemanden oh das sind ein bisschen viele TNT da ist doch wer den habe ich hier ist noch wer und den habe ich oh ach miss gg das war knapp was war das gerade war das mein Tablet ja mein Tablet so ich trinke jetzt mal weiter also schon kras ja fünfter wurde ich leider also das war schon cool also Minen Minengefecht das ist ein echt cooles Spiel meine erste gutes gewürfeltes ohne zweiter würfel ich kann den mann sehen ok ich weiß ähm ich bin 22 und wieder dritter dann 8 blöckigen Unterschied ok äh 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 mein Tablet muss gleich ein Notifications ausmachen beziehungsweise die Lautstärke ja kann ich doch gleich machen oder so Leute ich wurde hier als erster Platz was ich übrigens richtig cool finde eine 6 und eine 4 das war übrigens sehr toll ja nekker ich habe gerade einen kurzen Cut gemacht denn ich habe gerade ist ausgesungen bei mir und ich bin 2 und das war und knapp ich ich wurde für 32 das war schon dieser Folge und Leute